Hans Watzlik, der Meister von Regensburg Der leichte Morgennebel zerstreute sich und gab das große Bild des Gebirges frei. Altdorfer gewahrte am Weg eine ruhende Schlange. Verschlossen und unergründlich starrte sie ihn an, die Zunge loderte ihr aus dem Rachen. Da erinnerte er sich ihm mildens. »Du streitest in den Reihen des Teufels«, rief er, und in altem Hass erschlug er sie. Gegen Mittag ritt er durch einen Immenwald. Süßer Honigduft wehte ihn an, Bienen flogen wie irrende Goldfunken. Wahrlich, da summte schon ein zitterndes Wölklein, und ein Mönch mühte sich um den Schwarm. Er sprengte eifrig aus einem Schüßlein geweihtes Wasser in den summenden Tanz und suchte sie mit frommem Segen zu bangen. »Estes anchile domine, adiuro vos per nomen domine aeternum, nefugiates affines hominum«, rief der Bienenvogt. Sein Scheitel glänzte wie ein Spieglein, und ein breiter, sanfter Herrgottsbart bedeckte ihm die Brust. Und weil er sich doch nicht ganz sicher war, ob die rauen Waldbienen sein gelehrtes Latein verstünden, übertrug er es in ein feierliches Deutsch. »Ihr seid die Mägde Gottes. Ich beschwör euch durch Gottes ewigen Namen, flieht nicht die Söhne der Menschen.« Nun erst begriffen die Honigvöglein, was er begehrte, und willig setzten sie sich an einem bequemen, niedrig hangenden Ast fest, und der Mönch fegte sie mit Hilfe eines Bruders vorsichtig in sein Bienennetz. Als er merkte, dass ihm der Reisende bei der Arbeit zusah, sagte er freundlich zu ihm, »Reiterlein, hat euch auch Gottes Wort gebannt? So fang ich euch und führ euch nach Mondsee.« »Bin ich schon auf Klosterboden?«, fragte Altdorfer. »Ja, und ich bin der Immenmeister Lenhardt.« Der Reiter rief erfreut, »Da seid ihr, Lenhard Schilling, der Schriftkünstler und Buchmaler, den mir der Florianer Abt empfohlen hat.« Der Mönch freute sich, den Zunftbruder aus Regensburg zu treffen, dessen Drucke und Holzschnitte ihm bekannt waren, und er führte ihn in das gastliche Seekloster. Mehr als die Altäre und die bemalten Bücher dort zog Altdorfer die hochgemute Landschaft an und er blickte vom Garten aus über den gleißenden Riesentürkis des Sees hinüber zu dem Gewände, zu dem himmelsnahen Heiligtum der Gipfel und Drachenstein und Hölka, Eibenberg, die schroffe Kienbergwand, der zweigehörnte Schafberg. Diese kahlen, erhabenen Gebilde prägten sich tief in sein Gedächtnis. Auf dem Pult des kunstfrohen Mönches sah er seine kleinen, frommen Bilddrucke und er fühlte den Frieden der Zelle, da rein der See seinen blauen Abschimmer warf. »Möchtet ihr nicht bei uns, Weltabseits, schaffen?« fragte Lenhard Schilling. »Das Kloster ist still.« Doch Altdorfer erwiderte, »Euer großes, uraltes Haus ist mir nicht heimlich. Waren es noch nie ein Kind geboren worden.« Und er gedachte seines Weibes Anna. »Wo ihr auch lebet, eure Kunst ist bei euch«, sagte der Mönch freundlich, »doch wie seid ihr Maler worden?« »Ich bin nicht gelehrt«, entgegnete Altdorfer, »hab auch nicht in der Werkstatt eines berufenen Meisters gelauscht.« »Ich bin kaum je außer Landes gewesen.« Mein Verstand durchdringt nur langsam die Verhältnisse der Dinge, und vieles ist vor ihm verschlossen. Ich zweifle oft an mir, wenn ich die Natur mit meinen Bildern vergleiche. In mir ist nur Sehnsucht, aber diese ist mir sehr unklar. Ich weiß nicht, was ich will.« »Ich habe von eurem St. Jörg vor dem Wald viel Rühmen hören«, sagte Bruder Lenhardt, »und kann mir wohl denken, warum ihr jetzt durch die Welt reiset. Ihr wollt der Natur ihr Farbengeheimnis entreißen.« Altdorfer sagte, »ich suche.« Sie fuhren von St. Gilgen aus, im Einbaum über den Abersee. Das tiefgrüne Wasser, die Wälder, die Welt rings, von Hörnern und Graten verriegelt, das ganze hochkühne Wildland war in eine zauberhafte Klarheit getaucht. Hochdroben ein verstiegenes, letztes Berg gehöft, ein Alm hochfern wie im Himmelreich, winzig die Herde darauf. Und urstille, nur das Ruder plätscherte gelingt. Bruder Lenhardt erzählte, »Wie die heiligen Altväter in Wälder und Wüsten gewohnt, dass sie tiefer dem göttlichen Haben nachsinnen können, so hat auch der Bischof Wolfgang von Regensburg hier einsam geklausnet. Der See widerstrahlte, kahle, lotrechte Wände und staunenden Wald, und es war, hier in der Wunderstille müsse sich eine Legende vollziehen. Pflanzt nicht St. Wolfgang, droben auf dem Falkenstein den sandelhölzernen Krummstab ins Moos, das die goldene Krümme in der Sonne erschimmert? Schöpft er nicht am Wildbrunnen den aus Onyx geschnittenen Becher voll und tränkt damit ein Eichhorn? Und Altdorfers Herz war bei dem Schwarzadler, der unbewegt in den Lüften hing, als hielte Gott ihn an einem feinen, unsichtbaren Faden. Oh, könnte er sich so hoch wie dieser Vogel erschwingen, dass er mit einem einzigen Blick die funkelnden Drillinge der Seen drunten erfassen, dass er über die Felsenbrüstung hinweg Italien sehen könnte. Oh, die ganze Welt von oben wie von Gottes Thronstuhl aus, beschlossen in ihrer Ganzheit mit Ebenen und Höhen, Meeren und Völkern schauen, schauen wie der geflügelte Icarus, wenn auch vor dem Absturz. Schweigend griff Altdorfer wieder nach dem Ruder. Der Mönch fühlte, was ungefähr die Seele seines Gastes bewegte. Hinter dem Gebirg da ist Windischland, ist Welschland, sagte er. In Italien lagern die Marmonen Leiber der Dome. Dort im Reich der Schönheit müßt die deutsche Seele einen Ruck tun, wie ein Tänlein im Mai. In der Uferkirche schimmerte ein geflügeltes, gekröntes Goldwunder im Geheimnisdunkel der Altar Michael Packers. Im inneren Schrein war das Herzstück des erhabenen Schnitzwerkes zu schauen. Maria, die aus der Hand des thronenden Sohnes und Segners eben die Krone empfangen hat, ins Knie gedrückt von dem übergewaltigen Erlebnis, in zeitloser, unzerstörbarer Schönheit dieses feierlich in sich vergessene Gesicht, dieses leise geneigte, liebliche Frauenhaupt, der ungeheure und sanfte Ernst in der Mine des Kröners, weihevolle, hoch über irdische Gestaltung hinausgehobene Götterbilder, von himmlischem Gesinde bedient und umsungen. Und neben der Krönung, getrennt durch Säulen, Sankt Wolfgang mit dem Kirchlein im Arm und der Mönch Benediktus in naturwarem, großen Menschentum. Und darüber Baldachin und Ziergetüm mit Kreuz und Gottvater, bewacht von reisigen Heiligen. Und alles unirdisch, wundersam verrankt, alles bis in die geringste Einzelheit in sorgfältigstem Handwerk durchgeführt, bis ins letzte Fingerglied, bis in die letzte Kleiderfaltung. Und die Bilder der Altarflügel, Marie leit und freut, Heilandsleben und Wolfgangs Meere, alle gestalten darin in hellschillernden, satt und leuchtend getönten Gewändern und natürlich vor- und hintereinander geordnet und in die Tiefe gestaffelt, dass der Blick weit in die Hallen und Hintergründe hineingeführt wurde und alles körperhaft lebendig aus der Fläche herausdrängte. Und alles war mit der gleichen Liebe dargestellt, alles als Gestalt gleichberechtigt. Der Gottes Sohn wie die demütige Kuh neben ihm, der geinfelte, goldbekleidete Priester wie der Messingleuchter und die rote Kerze darin, die Täublein im Korb wie der grüne Fluss, die zinnerngrauen Hochzeitskrüge wie die Geißel in der Faust des zürnenden Heilands, das Laub, die ferne Steilburg, die Säule und die Stalei an der Stiege, Baugerüst, Gott, Mensch und Teufel, alles war in gleicher Sorgfalt und Ehrfurcht hier abgeschildert. Aufgewühlt stand Altdorfer vor dieser überweltlichen Kunst. Ein Hauch des Südlandes wehte durch das strenge Gebilde aus deutscher Meisterhand. In diesem Altar ragte ein goldener Wipfel aus dem gährenden Nebel der Zeit. Der Regensburger schaute in die Tiefe der Flügelbilder und ihm war bei dem Anblick dieser Raumkunst als stürze eine Flamme aus der Höhe und ergreife ihn. Geist entzündete sich an Geist. Das Geheimnis des Raumes war Altdorfer offenbar geworden. Altdorfer lebte noch einige Tage auf der Burg der Mönche am Mondsee und zeichnete. Einmal träumte er nachts, er drang in einen Wald ein und dort wuchs ein schlanker, hoher Altar wie eine Tanne aus dem Grund. Und er, der Träumer, bemalte dessen leere Tafeln mit geheimnisvollen Bildern, wie sie ihm im Wachsein nie geglückt waren. Und in den Mittelschrein schnitzte er zauberisch schnell eine erhabene Gottesgestalt. Und als er, selig über seine neue Kunst, Pinseln und Schnitzmesser von sich legte und zurücktrat, das vollendete Werk genießen zu betrachten, da flatterte der goldene Altar mit den Flügeln und flog auf zum Himmel. Er will sich Gott zeigen, dachte der Träumer. Des Morgens konnte er sich der Bilder nimmer erinnern. Und wieder wurde ihm im Anblick des Gebirges inne wie die unendliche Wesensfülle Gottes die Welt durchdrang, und er sehnte sich, über Brücken von Eis zu schreiten, von den Kanzeln des wildschöpferischen Gottes aus, die noch kein anderer erstiegen, das Land zu erschauen, wo die Palme im blauen Meer ihr bebendes Widerbild findet, und weiter die wolkenarme gelbe Wüste und die ganze tausendfarbene Welt. Er gab einem reisenden Mönch einen Brief nach Regensburg mit. »Wisse, liebe Frau, ich lende Weltschland zu. Ich komme lange nid heim«, stand darin geschrieben. Bruderleinhardt erging sich eben, lustwandelnd im Spiel der Ranken und Rotstriche und Goldflächen um die Buchstaben eines alten Messbuches, als Altdorfer ihn aufstörte. »Ich will in die Berge und noch weiter. Geht ihr mit?« Der Mönch wies scherzend auf die Fülle seines Fleisches. »Die Gämse mag die Schrofen ersteigen. Der Zeideknecht des Klosters muss daheim die Immen hüten.« »Ich will in die äußerste Weite«, rief der Maler leidenschaftlich. »Meister Albrecht, die Welt ist überall weit, auch im engsten und nächsten. Ich vergeh vor Gier. Das Südland muss ich schauen, sonst kann ich nimmer malen.« Albrecht, »Ein großer Helfer ist die Sehnsucht, die sich nid erfüllt.« »Mönch, du hast leicht weise Reden.« Das Ross zurücklassend, nur mit Reisesack und Schwert bebürdet, einem Wahnsinnigen gleich, drang Altdorfer in das verschründete Gebirge ein. Tagelang wanderte er. Zuweilen wies ihm ein brauner Gemsjäger den Pfad, zuweilen ein wasserköpfiger, lallender Fecks. Es war ein Fabelland voll blauer Schatten, voller Berge, firnenbleich und in entrückter Haltung, voll einsiedlerischer Geier und Albraben, grasender Steinbockherden an den Schwindeln schmalen Simsen, glühender Abende auf den Gipfeln zerwühlter Wolken. Eiswasser ran nieder, und die letzte, die lechzende Zunge. Tosenden Aachen im Geschlücht lauschte das Ohr. Auf den Hochalmen wehten ungekannte Blumen, in Farben sich bekämpfend. Aus neuen Fernen tauchten neue, kobaltblaue Höhen, greller Schnee, grünliches Eis. Manchmal wolkte es aus den Abgründen herauf, der Wind schnob in den Dunst und zerriss ihn und trieb ihn wieder zusammen zu einer weglosen Schleierwelt und verhüllte die kahlen Schofen. Oft wieder war alles zauberklar, und die Farben waren schneidend nüchtern gegeneinander abgegrenzt. Altdorfer zeichnete wenig, nur flüchtig eine Bergform, eine verkämpfte Tanne am Felsrand. Das Wesen der Steilheit schrieb sich in seine Seele. Oft bemächtigte sich die Landschaft seiner Gans und ließ ihn erstarren an ihrem Grauen. Oft war ihm, ein Jahrtausend trenne ihn von Regensburg, von Weib und Heim, und das Schweigen der Einsamkeit war so ungeheuer, als sei die Zeit aus dem Raum herausgefallen. Er wanderte durch wegloses Latschengestrüpp über scharfes Geröll über abgefaulte Stege. Seine Haut dampfte, sein Mund keuchte. Lotrechte Wände zwangen ihn immer wieder in die Tiefe zurück. Nachts auf hohem Pass sahen ihn die Sterne wie Fieberblicke an. Ihn fröstelte in der harten, dünnen Luft. Er war todmüde. Sein Hirn war benommen und voll verrenkter Gedanken und Bilder. Der Schlaf mied ihn und dennoch träumte ihm immer wieder er erschlage Ottern. Wie weit war noch die Meerfürst in Venezia! Wie unfassbar schwebte der Kranz der Vollkommenheit, danach er hungernd emporgriff. Sein Herz war lahm. Was nutzte es, wenn er sucherisch durch die Welt streunte, er blieb doch der kleine Kupferstecher, der Verfertiger unbedeutender Bilder, ein Bisslein Wald, ein läppisches Lindwürmlein, ein unbeholfener Heiliger. Am Morgen richtete er sich fiebernd auf. Der Wind scheuchte die Nebel an die Bergwand. Harte Schritte drangen durch den tragenden Dunst, Bewaffnete kamen, hinter ihnen auf schmalem Alpensteig schleppten starke Männer eine Kiste. Woher redete Altdorfer sie an? Aus Venedig. Was tragt ihr da? Ein Bild. Zeigt es mir. Sie lachten. Zeigt es mir, brüllte er und schwang sein Schwert. Ein vornehmer Mann in grauem Pelz trat hervor. Er befahl, zeigt es dem Waren. Das Bild enthüllte sich. Es war von tödlicher Schönheit. Es war in rätselhaften Farben gemalt, die Altdorfer noch nie gesehen hatte und deren Namen er nicht wußte. Ein Adler schrie im Sturm. Das Bild quoll über seinen verbleichenden Rahmen hinaus, wurde riesenhaft, war auf einmal das umfassende Alpenland selber, verschleierte sich wieder, als malten Geisterhände eine Wolke drüber. Die Stimmen ob auch die Männer noch vor Altdorfer standen, färmten sich, wurden sinnlos, verdämmerten, setzten aus. Vor seinen Augen wogte es gestaltlos in Farben türkisch-rot, sittig-grün, grell-blau, golden. Dann fiel der Scharlach eines schweren Vorhangs. Die Sinne verließen ihn, er stürzte zu Boden. Schäuble schäuble vor schäuble schäuble vor ein Schäuble ist. Schäuble und schäuble mit Schäuble ist. Schäuble Untertitelung des ZDF, 2020